Die Finanzwelt startet wie gebannt auf den September, wenn amerikanische und europäische Notenbank zu ihren turnusmäßigen Sitzungen zusammenkommen. Doch nicht die Frage, ob und in welchem Umfang die Zinsen gesenkt werden, steht dabei im Fokus der Märkte, sondern eine ganz andere Frage. Eine Antwort darauf jetzt von Prof. Dr. Thorsten Polleit, Herausgeber des Boom & Bust Reports, jetzt im Interview. Schönen guten Tag, Herr Polleit. Einen schönen guten Tag, Herr Kerscher. Herr Polleit, bevor wir etwas in das Thema einsteigen, vielleicht doch erstmal eine Bestandsaufnahme. Welche Zentralbanken haben denn bereits die Zinsen gesenkt? Ja, eine ganze Reihe von Zentralbanken hat tatsächlich in den letzten Monaten begonnen, die Leitzinsen abzusenken. Also beispielsweise in der Schweiz sind die Zinsen reduziert worden. Sie sind auch in Dänemark, in Schweden gesenkt worden, in Kanada, in Großbritannien. Selbst die chinesische Zentralbank hat jüngst Refinanzierungszinsen reduziert und natürlich auch die europäische Zentralbank hat den Leitzins bereits einmal gesenkt. Daran sieht man also, der Zinssenkungszyklus ist bereits in Gang gekommen. Und interessanterweise, Herr Kerscher, finde ich diese Frage auch einleitend sehr, sehr gut, die Sie gestellt haben. Man hat, wenn man also in die Medien blickt, wenn man die Finanznews verfolgt, tatsächlich den Eindruck, dass das quasi ein verschwiegener Zinssenkungszyklus ist, der jetzt in Gang kommt. Und viel spannender und viel interessanter ist doch jetzt eigentlich nicht, was im September passiert, sondern was dann danach passiert im Laufe des Jahres, nicht? Ja, also wir sprachen ja auch schon über einen Zinssenkungszyklus. Üblicherweise ist es ja so, dass wenn Zentralbanken beginnen, den Zins anzuheben oder den Zins zu senken, dass das in der Regel gefolgt ist von vielen weiteren Schritten in die gleiche Richtung. Und wir haben ja ab etwa 2022 gesehen, dass die Zentralbanken sich von der Null, von der extremen Niedrigzinspolitik abgekehrt haben und in relativ kurzer Zeit den Zins angehoben haben. Und mittlerweile ist also doch eine Situation entstanden, wo das wieder umgekehrt wird. Denn die Hochinflationswelle hat sich erschöpft, wenn man so will. Und die Inflationsraten, die offiziell gemessenen Inflationsraten geben nach und darauf reagieren jetzt die Zentralbanken. Und ich glaube, Herr Kerscher, es wird eben nicht bei nur wenigen Zinssenkungsschritten bleiben, sondern da steht etwas sehr Großes ins Haus. Wie groß denn? Ja, beispielsweise im Euro-Raum sind wir ja noch mit dem Leitzins knapp oberhalb der 4-Prozent-Marke. Die Inflationsrate hat merklich nachgelassen. Die entwickelt sich jetzt in Richtung der 2 Prozent. Und ich denke, die Inflationsrate im Euro-Raum wird sogar noch darunter fallen. Und das wird die Europäische Zentralbank nachvollziehen, indem sie die Leitzinsen senkt. Und ich denke, wenn man das in Betracht zieht, was man in der Vergangenheit stets praktiziert hat seitens der EZB, nämlich den kurzfristigen Leitzins nach Abzug der Inflation auf oder leicht unter die Nulllinie zu drücken, ja, dass der Leitzins dann auch Richtung 2 Prozent oder weniger fällt im Laufe des Jahres 2025. Ähnliches wird meiner Meinung nach auch geschehen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Also ich sagte bereits, das sind große Schritte, große Zinsschritte, die jetzt in den nächsten Monaten auf uns zukommen. Herr Pollert, egal ob wir jetzt über die Bank of Japan, die Bank of England sprechen oder die Schweiz und China, es ist doch klar, dass im internationalen Zinsmarkt die FED eine Schlüsselrolle spielt. Und inwiefern wird die amerikanische Notenbank dieser Rolle gerecht? Und wie fühlt sie sie aus? Ja, ein ganz wichtiger Aspekt, den Sie hier einbringen, Herr Kerscher, tatsächlich die internationale Zinsführerschaft, wenn man das so ausdrücken möchte, liegt tatsächlich bei der US-amerikanischen Zentralbank. Sie ist nach wie vor die unausgesprochene Zentralbank der Zentralbanken. Denn alles das, was die FED zinspolitisch macht, hat Rückwirkungen auf die globalen Finanzmärkte. Die amerikanische Zentralbank hat jetzt den Zins noch nicht gesenkt, aber jetzt im September, glaube ich, ist es soweit. Da wird der Leitzitz entweder um 25 oder um 50 Basispunkte abgesenkt. Und ähnlich wie ich das bereits in Aussicht gestellt habe, ist meiner Meinung nach auch der große Zinssenkungszyklus in den USA zu erwarten, auch Richtung 2% oder darunter. Das halte ich für sehr wahrscheinlich. Und das wird natürlich alle Zinssätze nach unten ziehen, nicht nur die Kurzfristzinsen, sondern sehr wahrscheinlich auch die Langfristzinsen. Also wer gehofft hat, dass seine Spar- und Termineinlagen wieder einen auskömmlichen Zins haben werden, der sieht sich vermutlich getäuscht. Der kann nicht hoffen, damit einen auskömmlichen Ertrag in den kommenden Jahren, die vor uns liegen, erzielen zu können. Sie sagen aber, es gibt eine Zeitverzögerung, aber die Inflation wird Zinssenkung hin oder her wiederkehren. Ja, es gibt tatsächlich eine Zeitverzögerung zwischen geldpolitischen Maßnahmen und der Inflationsrate. Wir erinnern uns, in 2020 mit der Lockdown-Krise haben viele Zentralbanken die Geldmengen massiv ausgeweitet und in der Folge etwa nach anderthalb bis zwei Jahren kam es dann zur Hochinflationswelle. Mittlerweile seit etwa anderthalb bis zwei Jahren sinken die Geldmengenwachstumsraten. Und das ist auch meiner Meinung nach der zentrale Grund, warum die offizielle Inflationsrate absinkt. Und darauf reagieren die Zentralbanken. Dann weiten das Geldmengenangebot wieder aus und mit einer Zeitverzögerung steigt dann auch die Inflation wieder. Also man könnte sagen, der Zinssenkungszyklus ist letztlich die Phase, in der die Saat für die nächste Inflationswelle, und ich fürchte, das wird wieder eine Hochinflationswelle, gesät wird. Aber dieser Zinssenkungszyklus ist doch mit Sicherheit gut für Aktien. Die werden tendenziell doch attraktiver und vielleicht ja sogar auch Edelmetall. Es gibt viele Faktoren natürlich, die auf Aktienkurse einwirken. Und international ist das Umfeld schwierig. Ich erwähne an der Stelle nur die geopolitischen Risiken, die Unsicherheit über die künftige Währungsordnung. All das sind natürlich belastende Faktoren, aber Sie haben vollkommen recht. Wenn der Zins sinkt, dann ist das tendenziell positiv für die Aktienkurse, denn die künftigen Gewinne werden ja quasi abdiskontiert mit einer geringeren Zinsrate und das erhöht die Barwerte der künftig abgezinsten Gewinne. Und damit werden auch die Aktienkurse erfahrungsgemäß in die Höhe getrieben. Also ja, Herr Kerscher, ich denke, man sollte weiterhin long im Aktienmarkt bleiben. Vermutlich werden die Renditen nicht in den Himmel wachsen, aber ich glaube, es ist zu früh, um in jedem Falle zu früh, um aus den Aktienmärkten auszusteigen. Sie erwähnten auch die Edelmetalle. Auch hier der Zinseffekt wird tendenziell positiv ausfallen. Erfahrungsgemäß nehmen nämlich die Kosten der Haltung von Gold und Silber beispielsweise ab, wenn der Zins sinkt und auch das befördert den Preis. Also insofern sind diejenigen, die im Aktienmarkt investiert sind, diejenigen, die Edelmetalle im Portfolio halten, wahrscheinlich nach wie vor in einer recht guten Position, um das, was in den Finanzmärkten in den nächsten Monaten geschieht, erfolgreich in ihrem Portfolio abzubilden. Der große Zinssenkungszyklus hat längst begonnen mit Auswirkungen auf Aktien und Edelmetalle. Das war Prof. Dr. Thorsten Pollard, Herausgeber des Boom & Busk Reports. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Pollard. Vielen Dank für die Einladung, Herr Kerscher.